Stunden pro Woche kommen sie zusammen und trainieren, also täglich einmal fünf Stunden, das Ganze an sechs Tagen. Die letzte slowakische Gruppe gab es in Paris, in Wien nicht dabei im Vorjahr und die Mädchen sind die jüngsten 15, die ältesten 18 Jahre alt. Platzierung Gäste, 16er Platz hinter Portugal vor Brasilien. Applaus 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 und seitdem.